So, auf die Schnelle meinen Zombieland 2 Review. Ich mache es ganz kurz, völlig im Spoiler vor allen Bereich. Könnt ihr angucken, ich würde mal sagen, er hat auf der Skala von Zombieland 1 ungefähr 87% erreicht. Also wer den ersten Teil mochte, wird auch den zweiten mögen. Sitzen bleiben bis zu Ende, es gibt zwei Post-Credit-Szenen, die erste solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Auf die zweite, ja, die ist dann ganz am Ende. Und ich werde im Laufe jetzt dieser mittelspoilerigen dann Erklärung darauf eingehen, was es mit denen auf sich hat. Und jetzt erkläre ich euch im Kurzen nochmal, was Zombieland 1 war, damit ihr wieder synchron seid. Und dann gehen wir geschwind in Zombieland 2 über und was ich so mochte. Ich schaue mal, ob ich das Ganze hier auf der Kaffee wieder durchkriege. Schauen wir mal, jetzt übrigens milder Spoilerbereich, weil vielleicht habt ihr auch Zombieland 1 noch nicht gesehen. Euer Problem. Also es ist jetzt noch der milde, also quasi gelber Alarm. Ich sage euch dann, wenn der rote Alarm ausbricht. Also Zombieland 1 stammt von 2009. Die Schauspieler kennen es ja, oder? Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone und Abigail Breslin spielen eigentlich die vier Hauptrollen. Es geht damit los, dass eine Krankheit, also die Mad Cow Disease ist sozusagen zu einer Mad Man Disease geworden. Also die Menschen drehen durch. Und weil es sich eigentlich auch nicht lohnt, sich mit den Menschen wirklich anzufreunden, nennt man die Menschen immer nach den Orten, wo sie herkommen oder mit denen man sie so assoziiert. Und deswegen heißt eben die Hauptperson dann eben Columbus und so weiter und so weiter. Jesse Eisenberg heißt Tennessee. Und Columbus trifft auf seiner Tour, wo er eigentlich nach seinen Eltern gucken wollte, ob die die Zombie-Apokalypse so einigermaßen überlebt haben. Trifft er auf Tallahassee. Und dann fangen die zwei an, ja, miteinander abzuhängen. Ist falsch eigentlich, Zombies zu killen. Ist echt ein nettes Hobby, gell? Und Tallahassee ist ja auch da schon ein bisschen dafür bekannt, nicht unbedingt subtil vorzugehen. Naja, die zwei treffen dann wieder auf zwei Mädels wie Chita und Little Rock. Und ja, die Mädels, die legen die Kerle eigentlich rein. Die Kerle erwischen sie dann wieder. Und am Schluss, da raufen sie sich dann einigermaßen zusammen. Sie haben aber alle das gleiche Ziel, dass es dem Pacific Playlane zu diesem Vergnügungspark, der zombiefrei sein soll, vorzudringen. Aber auf dem Weg dazu machen sie einen Zwischenstopp bei der Villa von Bill Murray. Und da gibt es einen bedauerlichen Unfall, bei dem Bill Murray sich als Zombie verkleidet und dann aus Versehen umgebracht wird. Ja, am Schluss sind sie dann in dem Vergnügungspark, der natürlich nicht zombiefrei ist. Und dann nimmt das Schicksal so seinen Lauf. Der Film hat 23 Millionen gekostet, also der erste Teil. Am ersten Wochenende hat er etwa 25 eingespielt, Weltweit 75. Der Film ist 88 Minuten lang und wurde in 42 Tagen gedreht. Director war Robin Fleischer. So, ein bisschen Trivia so zwischendurch. Die Idee des Zombie-Kill of the Week oder wir können auch Zombie richtig sagen, damit das Z ein bisschen mehr durchgreift hier. Das kommt eigentlich daher, weil das Ganze war eher als Fernsehserie gedacht. Und da hätte in jeder Episode jemanden dann eben einen Kill der Woche machen sollen. Die 3, die Teller Hesse auf seine Autos malt, referenziert zu Dale Earnhardt, der eben ein von ihm verehrter Nesca-Driver war. Nesca, da müsste man eigentlich Nesca-Fahrer dann sagen. Das ist blöd, damit ich hier, ich habe hier meine Nutzung teilweise auf Englisch und teilweise denke ich dann durchaus noch in Deutsch. Es gab die Idee, 2013 von Amazon eine Pilotfolge zu machen. Also sie haben auch die Pilotfolge gemacht einer Serie, die auf Zombieland dann basiert. Das ist aber nichts geworden. Die haben sie dann mehr oder weniger eingestampft. Es ist schon spät abends, also sorry. Zombieland 2 hat 42 Millionen gekostet, hat 26 Millionen am ersten Wochenende eingebracht. Und ist nicht ganz zufällig genau 10 Jahre nach dem ersten Teil erschienen. Ja, das sind schon wieder 10 Jahre her. Um was geht es im zweiten Teil? Jetzt kommen wir in den roten Spoiler-Bereich. Okay, ich erzähle euch jetzt die Handlung, aber das ist jetzt ein Film. Meiner Meinung nach verliert ihr nicht auch viel durch die Handlung. Aber ihr könnt euch mal einen groben Überblick verschaffen. Sonst, wenn ihr dann noch so ein paar Erklärungen, jedenfalls über diese Abspannsegmente kriegen wollt, dann schaut euch erst den Film an. Geht sie ins Kino, zacki, zacki, zacki. Und dann schaut ihr den Rest später an. Ja, es geht damit los, dass Columbus eben der Vegeta einen Heiratsantrag macht. Die zwei sind im Weißen Haus, also die vier sind eigentlich im Weißen Haus hängen geblieben und die lassen sich da gut gehen. Er macht ihren Heiratsantrag. Sie hat aber immer noch Bindungsängste. Und das gibt dann ein Problem. Die beiden Mädels hinterlassen dann einen Brief und sie verlassen also die Herren und verschwinden natürlich mit Woody Harrelsons Lieblingsauto. Das ist nicht so richtig gut. Die beiden, also die Herren sind dann ziemlich frustriert und sie finden dann Shopping. Shopping ist ganz witzig, weil sie shoppen in einer von diesen verlassenen Malls und da finden sie eine, ja, minder, wie soll man das sagen, eine Blondine, die versucht ganz genau allen ihren Vorurteilen gerecht zu werden. Madison. Sie erzählt ihnen dann, dass sie die Zeit in der Gefriertruhe immer verbringt, weil die ist sicher vor Zombies und es wäre halt kalt und dann fragen sie sie ganz trocken, ob sie schon mal auf die Idee gekommen wäre, sie auszustecken. Und so reihen sich eigentlich immer so die kleineren Titbits aneinander. Ich muss jetzt aber wieder an Kevin in the Woods denken, weil da war ja auch so die Sache mit der Blondine mal ein bisschen aufgearbeitet. Warum Blondinen im Horrorfilm immer als Erste sterben und so weiter und so weiter. Man wartet wirklich drauf. Na ja, ich muss jetzt noch die Nebenhandlung erzählen. Die, du hast ja jetzt wieder, Little Rock, die ist inzwischen verschwunden und die hat da so ein, na ja, wie soll man jetzt sagen, einen alternativen Musiker kennengelernt, mit dem sie dann parallel dazu anfängt abzuhängen, rumzuhängen. Ja, letztendlich kommt dann Vegeta wieder zurück und erzählt, dass sie sie auch zurückgelassen hat. Und die Verbleibenden machen sich dann auf der Suche nach Graceland, weil alle wissen, ja, das ist doch logisch, oder? Graceland, also, wie soll ich jetzt das? Ja, wir sind ja im Spanienbereich, ist ja wurscht, ne? Graceland und Elvis sind ja sehr nah miteinander verbunden. Und Little Rock war auf der Suche nach Graceland, deswegen bewegen sich die anderen auch nach Graceland. Das Blöde ist, es gibt da so einen kleinen Unfall und Madison, ja, wird wohl von einem Zombie gebissen. Also, haben sie so ein Gefühl und sie fängt da an, sich plötzlich zu verändern. Deswegen muss Columbus sie dann, was man nicht sieht, im Wald erschießen. Das ist blöd. Und wir denken uns schon, super, jetzt sind natürlich schon wieder alle Vorurteile aufgearbeitet. Naja, dazu kommen wir später noch. Dann machen sie so ein bisschen Spaß mit ihren Autos hin und her. Es ist großartig, wie sie nachher immer wieder im selben Auto landen, obwohl sie sich eigentlich ein neues Auto suchen. Sie landen dann irgendwann mal in Graceland. Das ist auch sehr schön. Das sind sehr viele Elvis-Anspielungen. Und ja, da lernen sie dann auch eine neue Gefährtin kennen. Und es gibt dann ein paralleles Team. Das ist auch witzig gemacht. Das ist sozusagen die Spiegelgruppe von beiden. Das habe ich schon in vielen, es gibt es ja in vielen Serien, dass plötzlich die Gruppe ihre Spiegeltruppe findet. Also, wo es für jeden eine Entsprechung gibt. Ich denke, es gibt eine Seinfeld-Folge. Ich denke, es gibt eine A-Team-Folge. Und ich glaube, es gibt auch eine Big Bang Theory-Folge. War es nicht sogar bei Friends oder Harry Metamata? Bin ich nicht sicher. Könnt ihr gerne unten in den Kommentaren ergänzen. Also, die Figuren sind dann spiegelbildlich. Leider leben sie nicht lang. Hat aber eigentlich sehr viel Potenzial für einige witzige Gags. Ja, dann machen sie wieder bei der ganzen Autogeschichte weiter. So, er schafft Woody Harrelson. Sie schafft es also nie, ein vernünftiges Auto in der ganzen Sache zu ergattern. Das ist hier so einer der Running Gags. Sie kommen dann irgendwann in Babylon an. Da ist der Running Gag, dass alle ihre Waffen abgeben müssen. Das sind natürlich die anderen auch schon. Also, die Friedenskommune ist witzig, wenn man von Zombies umgeben ist. Dann ist dann so eine Art Love and Peace und so weiter. Aber kein Gruppensex. Kein Gruppensex. Das ist auch einer der Running Gags, die ganze Sache. Also, jedenfalls von den Bewohnern da. Ja, also sie kommen da an, vernichten dann ihr Auto, weil sie denken, es wäre alles gut. Aber die Zombies sind im Anmarsch. Ja. Und dann kommt, natürlich finden sie dann irgendeine Lösung. Da kommen sie einem so ein bisschen wie das A-Team vor. Und auch diese Szene, die erinnert wieder an Resident Evil. Was ist der letzte Resident Evil Moment? The Final Chapter. Nein, die drauf kommen können. Erinnert so ein bisschen dran. Also, dieser Turm, an dem man da sich eigentlich sicher fühlt, erinnert mir wohl mit Absicht an Resident Evil. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Trivia. Die ganze Geschichte mit Bill Murray und Garfield. Darum geht es ja. Der Film revealed, ja, dass die Zombie-Apokalypse beim Kinorelease 2009 von Garfield 3 gestartet ist. Und Bill Murray, den hat er nie gedreht, bekennt sich in diesem Interview dazu. Bill Murray selber ist nicht ganz so glücklich mit der ganzen Geschichte gewesen. Und er sagte auch, er hatte den, war das Garfield 2, da bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, nur durch eine Verwechslung zugesagt. Also, er spricht ja da den Film. Weil er hat Joel Cohen von den Coen Brothers mit Joel Cohen verwechselt. Der Cheaper by the Dozens, das kenne ich nicht, Daddy Day Camp, Monster Mash und so weiter, kenne ich jetzt nicht, gemacht hat. Und die hat er miteinander verwechselt und hat deswegen zugesagt, diese Rolle zu übernehmen. Und auf diese ganze Garfield-Geschichte bezieht sich diese Post-Credit-Szene. Ja, das war es eigentlich. Habe ich noch was? No, jetzt habe ich nichts mehr. Das war meine Kurzzusammenfassung von Zombieland 2. Der Film hat mich sehr positiv überrascht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich glaube 87% vom ersten Teil. Nett fand ich schon, dass er am Anfang gleich so richtig reinzieht, weil sie schon beim Intro, wo dieses ganze Verleiher-Quatsch-Zeug da immer kommt, was einen so ewig nervt. Kennt ihr das? Er denkt, der Film fängt an und dann kommt wieder irgendein Im-Verleih-Von-Blabla-Blabla-Films. Und jetzt geht es los, aber da hat wieder einer von diesen Produzenten oder von diesen Firmen, die Geld geben, wieder einen anderen Trailer gemacht. Ach, das machen die nicht. Sie haben diesen, was ist das? United Art? Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Also jedenfalls benutzen sie den Trailer schon gleich, um einen Zombie zu simulieren, der im Publikum aufsteht und dann zerhackstückelt wird. Von den Special Effects her war ich total zufrieden. Also es hat mich nichts gestört. Logik, ja, da fangen wir lieber gar nicht an. Also ein Zombie-Film mit Logik irgendwie so. Der Humor ist großartig. Der Wortwitz und diese ganzen Regeln. Ich mag es ja auch, wenn dieser Wortwitz sich in den Special Effects trifft. Also diese Buchstaben der Regeln, wenn die mit irgendwas kollidieren und dann die Buchstaben mit runterfallen. Das sind so Kleinigkeiten, so Nettigkeiten, die ich dann total feiere. Sonst, wie gesagt, gute Unterhaltung. Hat Spaß gemacht. Ob man den Kino sehen muss? Naja. Audio, wir haben es in Atmos gesehen, ist mir jetzt nicht super mega aufgefallen. War halt einfach schön. Ja, also, soviel dazu. Falls ihr anderer Meinung seid, könnt ihr es gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ist aber jetzt eh schon spät. Also, wenn ihr die Art Filme mögt, denke ich, es lohnt sich da mal wieder ins Kino zu gehen. Seit langem lohnt es sich eigentlich, mal wieder einen Film zu gucken. Und die schlimmen Sachen stehen uns noch bevor. Star Wars. Soll ich mir den anschauen? Sagt's nochmal. Soll ich mir den anschauen? Den nächsten Star Wars. Ich weiß es noch nicht. Das Ende einer Ära. Oder was wird doch damit geworben? Oh. Zeit wird's. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.